Ich hab sogar noch einen Freestyle und 16 Bars reingebracht. Eigentlich schulzt es mir jetzt 5.000 Euro. Gibt was? 16barsTV, wir sind immer noch Backstage bei der Straßen-Cocktail-Tour und haben noch was ganz Besonderes für dich in petto. Du hast eben schon gesagt im Interview, dass du regelmäßig übst, auch auf den Fahrten. Das heißt, du müsstest eigentlich fit sein, mit uns Finishing Lines zu machen. Schon mal davon gehört? Müsste ich schon fit sein, ja. Müsste ich fit sein, ja. Also ich hab insgesamt 5 Lines für dich vorbereitet, ich würd dir den ersten Teil vorlesen und du finishst sie nach deinem besten Können. Okay, mach ich. Ich geb alles. Alles klar. Fangen wir an. Erste. Durch die Nacht ziehen mit Bratans, diese Hure, ja sie hat was. Durch die Nacht ziehen mit Bratans, diese Hure, ja sie hat was. Riech nach Mango, doch nach Fisch und am Tanga Paffichulo. El Cornuto. Sie musikten auch wie Ufos. Sie verschwinden einfach spurlos, sitzen Turbos und auch gar lustig. Sie gibt Glück, ne Lambos und Slaven ticken Brabus. Baba hast du die neuer lautlos. Früher gibt, geh heute Autos. Ich grätsch besser dazwischen. Du nimmst den ganzen Auftritt vorweg. Wenn du jetzt alle Tracks durchgehst und alle durchrappst, sitzen wir hier zum Stimmen. Ja gut, dann müsstest du den zweiten ja genauso gut hinkriegen. Dieses Mike bleibt meine Wumme, wieder nagelneue Reimketten. Dieses Mike bleibt meine Wumme, wieder nagelneue Reimketten. Neue Reimketten. Dieses Mike bleibt meine Wumme, wieder nagelneue Reimketten. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Dein Revolver wird dir auch nicht helfen. Ich sagte, ich hab viel vor. Das neue Mixte wird Hardcore. So probe ich geschützt in den Knast. Verrat mir nur dein Standort. Mein Passport doch so kriegen. Ja. Sagen wir mal. Sagen wir mal. Was hast du auch gesagt? Sagen wir mal eine 2 plus. Ein Wort hast du falsch gemacht. Dein Revolver kann dir auch nicht helfen. Ja stimmt, ich hab ein bisschen was getrunken. Das liegt an den 2-3 Jägermeisters, die ich gekippt habe. Okay, dann machen wir Jägermeisterbonus, rechnen wir später ab. Okay, das kannst du abziehen, deswegen 1. Okay, alles klar. Spaß. Kommen wir zum nächsten. Fall vom Laster, denn Ronaldinho der Bastard verdient mehr als sein Kanzler. Ja, ja. Von Dichavu ist das, ne? Ja. Aber dann müssen wir wieder Jägermeisterbonus reinrechnen. Vielleicht nur einen, aber diesmal. Nur einen. Da bin ich an, es waren zwei. Zwei kurze. Jetzt kommen hier schon die ersten Beschwerden, die Leute rufen schon an. Der Bastard verdient mehr als sein Kanzler. Ja, ja. Als sein Kanzler. Ich hab den Rhyme vollendet. Ja, du hast ihn zu Ende gebracht. Ja, du hast ihn zu Ende gebracht. Und Nadinho der Bastard von Barca dient mehr als sein Kanzler. Und Nadinho der Bastard von Barca verdient mehr als sein Kanzler. Ja, ja. Weißt du warum das Problem ist an dem Link? Live rapp ich immer nur bis, äh, Dings, äh, bis dieser Stelle, äh, Revolution. Nur bis dieser Stelle. Und ich rapp das schon seitdem ich das HDF rausgebracht hab, rapp ich schon nicht mehr nach dieser Stelle weiter. Und das kommt nach der Stelle. Deswegen hast du ne 6 grad bekommen, mein Freund. Aber egal. Dein Spaß, alles gut, Spaß, alles gut. Zweiblos. Mit Smiley. Mit Smiley und Dings, äh, diese Twinker. Ich hab auch, ich krieg noch nicht mehr Jägermeisterbonus. Chipsbonus. Chipsbonus? Ich hab auch noch keine Chips gegessen. Hunger, Hunger, Hunger. Darf ich? Willst du? Oder? Später. Pro Chip 1 Euro. Also, schnapp. Ne, sonst schmiere ich so, dann fette ich so den Bildschirm so voll. Mach ich später. Später. Mach Tempo. Du brauchst noch 50 Cent. Nein, Spaß. Alles gut. Ähm. Nächste. Wie Sie sehen, wir sind die Falschen. Was ich hab, sind höchstens Pfannflaschen. Kofferraum. Schauen Sie. Sie brauchen... Also, schauen Sie. Ich brauch Ihnen nichts vorzumachen. Sorry, Herr Kommissar. Ich weiß, es ist strafbar. Doch letzte Nacht war ich mit Marrocks auf Beidah. Ich weiß, dass du ich gefallen. Kokain im Blut. Und ja, ich geb's zu. Ich war bei 16 Bars im Surf. Also, das wäre, glaub ich, ne 0. Also, besser als 1. Minus 3. Minus 0, 0, 0. Minus 5 mit Jägermeisterbonus. Ich hab sogar noch ein Freestyle und 16 Bars noch reingebracht. Eigentlich schuldest du mir das 5.000 Euro. Krass. Spass. Spass. Okay, wenn du einen Euro für einen Chip nimmst, glaub ich dir das sogar. Dann kannst du mir das auch zurückzahlen. Okay. Auf Kombi geb ich auch Chips. Kein Problem. Ja, zu Paco. Für Tau. Ihr geht locker. Okay. Alles klar. Der letzte jetzt. Du hast schon verdammt gut abgeschnitten, muss ich sagen. Ja. Bring es auf die Leinwand, Olexesh und Cinemax. Echt? Hab ich das niemals gerappt? Ja. Das ist nicht vor mir. Lebendig begraben? Echt? Nein, Mann. Bei dieser Stelle hab ich weggekackt. Nein, ohne Scheiß nicht. Ich hab jetzt... Aber er hat schon einer geschummelt hier. Einer hat es schon reingerufen. Lebendig begraben? Oder was? Nee. Was? Was ist das da draußen? Du kannst? Jetzt, wie fängt es an, Olexesh? Wir bringen es auf die Leinwand, Olexesh und Cinemax. Von der Straße in die Charts. Weiter weiß ich auch nicht mehr, Bruder. Weil dieser Film ins Kino rast. Ah. Aber richtig. Es war nicht lebendig begraben. Es war nicht das, was du gesagt hast. Es war Frankie Town. Exakt. Hast du nochmal gerettet. Deswegen... Okay, sagen wir mal 5. 5 plus. Weil ich hab jetzt das nicht gewusst. Er ist am Ende so gerettet. Ich würde... Insgesamt ein 1. Im Trag 5 für die Halle hat es produziert. Wunderbar. Hast alles wieder rausgerissen. Ja, ich hab alles rausgeholt. Super. Dann bedanke ich mich bei 16 Bars. OL. Ich würde mal sagen, es ist gut gelaufen. Bis aufs Letzte. Aber... Ich hab ja schon 5 neue Alben geschrieben. Oder 20. Spaß. Nee, aber... Viel im Kopf. Deswegen... Ich hab mir Mühe gegeben. Hab's geschafft, oder? Absolut. Ich bin stolz auf dich. Alles klar. Peace. Peace. Justin hat mich heute hart gefickt auf jeden Fall. Ähm... Okay. Schönen guten Tag. Mein Name ist Kuss Savasch, der King of Rap. Und ihr seid bei 16 Bars Finishing Lines. Und jeder meiner Bars ist eine Finishing Line. Das ist ein ein paar Dinge. Los